Seit einem Wochenende geht's los, seid ihr zu weg, was läuft? Länger sind besser, ja. Mal, jetzt gehen wir fast Native zu schauen und hören. Wahrscheinlich fast zurück, eins, zwei nehmen und am Abend noch einen in den Kessel schmieren, damit es wirklich regelt und macht. Was hast du für eine Fahne dabei? Das ist unsere Fahne der Gruppe, JPG statt für Jung Brutal Gut Aussehend. Und ja, das kann man mal probieren, wenn man will. Ich wünsche viel Spass. Danke vielmals. Es geht los mit einem heiteren Wochenende, wie seid ihr bereit? Ja, noch nicht so bereit. Warum nicht? Also ich bin eigentlich ziemlich bereit, gerade meine Diplom-Arbeit abgegeben und ja, jetzt kann es losgehen. Also kannst du jetzt so richtig, geht's jämlich, das geniessen? Ja, schauen wir mal, ja. Aber ich habe es vor, ja. Wie lange seid ihr hier, was freust du dich am meisten? Ja, aufs Sufen und bis zum Sonntag. Seit dem Wochenende geht los, ihr habt hier schon wunderbare Tränke-Powder. Die sind, glaube ich, bereit. Auf was freut ihr euch? Auf was? Auf alles. Einfach da sein, das Wetter, die Leute, die geile Getränke, die Stimmung. Ja. Was habt ihr da Gutes? Mal Kito, alkoholfrei. Das ist aber nicht wahr. Mal wirklich. Bist du dran? Nein. Nein. Ja genau, es ist erst Freitag. Wir sind gestern Abend schon am Schlager da gewesen und dachte ich, ja gut, jetzt müssen wir langsam ein bisschen Säuberli machen, sonst... Ja genau. Viel Spass. Danke vielmals. Jaaaa. Wuhuuu. Wann haben wir noch die schon? Hallo. Wann haben wir die? Ah, nicht die. Wann haben wir auch die? Wann haben wir uns ein wenig auf Vernunft verweisen? Ja, ich möchte auch einmal. Hahaha. Ich möchte auch einmal ein Interview geben. Jetzt gibst du ja eins. Ja, frag etwas. Red. Oh, ich heisse es alle um die Wiki und ich weiß nicht, was ich damit hänge. Genau. Was freust du dich am Wochenende? Ähm... Hast du dich auch noch Freude oder bist du schon vier oben? Ja, komm. Nein, nein. Hey. Ja, ich bin gleich ein wenig nervös. Ja, jetzt bin ich gleich ein wenig nervös. Vestible. Vestible. Jawoll. Mit oben. Möchtest du echt viel Spass? Möchtest du echt viel Spass? Möchtest du auch? Habe auf alles. Heute Abend auf dem Heiteren, jetzt geht's los, bist du bereit? Und vor allem, wie willst du das Wochenende verbringen? Ja. Ich will drei Tage einfach durchfaschen und Spass haben. Und ich mache das seit Jahren immer. Jetzt habe ich halt entschieden, nicht mehr zu campen. Aber Heiter ist auch ein Festival für mich im Jahr. Und darum geniesse ich das Jahr für Jahr wieder. Eines der Einzigen, ja. Was hast du dir in deinem Programm angestrichen, den du unbedingt sehen möchtest? Ähm, sicher jetzt in Nitin von nach einem Viertel vor sechs Sekunden nach einer SDP. Dodo und Kunz ist auch etwas, was ich so gerne schaue. Und den Rest lasse ich mich manchmal auch überraschen, weil ich kenne nicht alle. Freitag Abend auf dem Heiteren, es geht endlich los. Wie seid ihr bereit? Ja, perfekt. Voll materiert. Wie habt ihr euch vorbereitet? Ähm, ein Getränkmittel. Und, seid ihr schon in guter Stimme? Wo habt ihr euch eingestimmt? Wo seid ihr euch eingestimmt? Ja, draussen vor dem Eingang und zu Hause ein bisschen. Wie lange seid ihr da? Bis ein Tag. Was freut ihr euch am meisten an diesem Wochenende? Aufs Sufen. Aufs Sufen. Und Kollegen. Seit dem Wochenende geht los, wie bist du bereit? Ich bin super nicht bereit eigentlich. Wieso? Ich komme hier sehr spontan. Spontan. Wieso denn? Ich dachte, mein Vater kommt mit mir mit. Aber er kommt nicht mit mir mit. Jetzt bin ich alleine hier. Aber ich habe vor, abzugehen. Und jetzt, wir kommen schon das erste Mal Rettout. Seid ihr einfach mal alles gut auschecken? Ja, einfach alles genau anschauen. Erstmal. Ja, es war super. Tipptopp. Was hast du alles schon entdeckt? Hat es gut rum? Ja, es ist super. Ja, coole Bahre. Tipptopp. Schöne Bühne. Jetzt kann ich etwas anders sein. Das wirst du gut auschecken, als Bier und Maden. Ja, etwas anderes nimmt mich eigentlich nicht Wunder. Du? Einmal, als Bier ist es gut. Wir machen alles zusammen. Ja. Uns wird er endlich zwei, drei Tage jetzt. Wie oder weniger, ja. Das sind auch schon fleissige, in heitere Stimmung. Jetzt geht es endlich los. Wie fest freut ihr euch? Super. Sehr fest, ja. Was freut ihr euch am meisten? SDP. Ja. Sonst am Wochenende seid ihr alles geplant. Eine gute Zeit zu haben. Nicht zusammenstürzen. Zu fest. Nicht zu fest abstürzen. Was ist so der Plan? Was hast du budgetiert? Die Proben? Ähm... Wie lange seid ihr da? Es dauert drei Tage. Ja, gerne. Viel Spass. Danke schön.